Eins der häufigsten rhythmischen Phänomene, das dir begegnet, wenn du Musik hörst und wenn du Schlagzeug spielst, ist die sogenannte 3-3-2 Kombination. Ich selbst habe hier auf dem YouTube-Kanal schon das ein oder andere Video dazu veröffentlicht und heute möchte ich ganz gerne mal auf die große Schwester oder die kleine Cousine namens 664 eingehen. Es geht um spaßige lineare Filz und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Thema. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich habe alle Übungen, die ich dir hier demonstrieren werde, in Notenform aufgeschrieben und unten in der Videobeschreibung findest du einen Download-Link, da kannst du dir eine PDF-Datei mit den Noten herunterladen. Jetzt aber ins Thema. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn bitte eine 3-3-2 oder eine 6-6-4 und da spreche ich von sogenannten Gruppierungen oder auch Gruppen und etwas, was da ganz gerne immer durcheinander geschmissen wird, ist 3er-Gruppe gleich Triole oder 6er-Gruppe gleich 16. Triole und das ist erstmal nicht so gemeint. Meiner Definition nach ist eine Gruppe erstmal eine festgelegte Anzahl von Schlägen, wobei selbst das auch noch ein bisschen für Konfusion sorgen kann. Also es ist zum Beispiel so, dass das Hörter-Lick oder Hybrid-Rudiment vielmehr auch eine 3er-Gruppe ist, das allerdings aus 4 Schlägen besteht. Deswegen würde ich per Definition immer sagen, bei einer 3er-Gruppe, einer 4er-Gruppe, egal jetzt welche Zahl, kannst du eine x-beliebige einsetzen, sprechen wir erstmal von einer Gruppe und die ist definiert vor allem durch die Phrasenlänge. Das heißt also, die Phrase dauert 3 Achtelnoten lang oder 5 Achtelnoten lang oder 6 Achtelnoten lang. Und dann sprechen wir eben von einer Gruppierung oder von einer Gruppe. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, die 3-3-2 Kombination ist eine, die geht wirklich quer durch alle Styles. Pop, Rock, Metal, Jazz, Schlager, alles was irgendwie in Süd- und Lateinamerika passiert, da ist es auch super omnipräsent und du wirst es schon in den unterschiedlichsten Songs wirklich dutzende Male gehört, wahrgenommen und wahrscheinlich auch schon selber gespielt haben, vielleicht sogar ohne, dass du weißt, dass es dieses Teil ist. Wenn du jetzt gut aufgepasst hast, wirst du feststellen, 6-6-4 ist im Grunde genommen nur so eine Art Verdoppelung davon, das stimmt auch und im Grunde genommen ist es insofern auch genauso gedacht, als dass diese 3-3-2 Kombination sehr häufig in Achtelnoten angewendet wird und die 6-6-4-Fillanwendung, die ich dir hier in diesem Video ein bisschen näher zeigen möchte, die ist gedacht in 16. Noten, heißt also, wenn du 6 plus 6 plus 4 addierst, kommen da insgesamt 16 Noten, 16 Schläge heraus und 16 16. Noten ergeben dementsprechend auch einen ganzen Viervierteltakt. Starten wir mit der 6er-Gruppe und die folgt dem Prinzip 4 oben, 2 unten, bedeutet ich spiele mit meinen Sticks 4 Handschläge als Single Strokes, also rechts, links, rechts, links und dann spiele ich 2 Schläge mit meinem rechten Fuß auf der Bassdrum. Das interpretiere ich mal kurz als Achteltrio und spiele es mal so ein bisschen in der Schleife, dass du die Phrase verstehst. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kommen wir zur Vierergruppe und die ist denkbar einfach, wir lassen einfach das Zweielement weg. Heißt, du spielst nochmal vier Handschläge mit dem Handsatz rechts, links, rechts, links. Und falls du Linkshänder oder Linkshänderin bist, spielst du das dementsprechend. Das heißt, du würdest diese vier Single Strokes mit deiner linken Hand starten und natürlich die Bassdrum auch mit dem linken Fußes sein. Du hast ein fancy Setup. Ich baue das jetzt mal direkt zusammen. Das heißt, ich spiele jetzt diese 6, 6, 4. Ich interpretiere das, wie vorhin schon erwähnt, als Sechzehntelnoten und spiele es jetzt für einen Takt und lasse dann für einen Takt lang das Metronom leer zählen, sodass du immer wieder einen Orientierungspunkt findest, wo du wieder einsteigen kannst. Und ich mache das mal so in langsam, in mittel und dann einmal in etwas schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Phrase als solche sollte dir jetzt im Grunde genommen klar sein. Im nächsten Schritt würde ich jetzt in diesen Leertakt einen einfachen Achtelnoten-Groove einfügen. Ich gehe im Tempo wieder runter, also würde es jetzt ziemlich genau halbieren. Das schnelle Tempo, was ich gerade gespielt habe, waren 120 BPM, das Langsame waren 60 und das in der Mitte waren 90. Also ich gehe wieder zurück auf 60 BPM, spiele in den Leertakt noch einen Achtelnoten-Groove rein und starte, damit die Handschläge zu orchestrieren. Und das mache ich erstmal, indem ich die Vierer-Pakete sozusagen der einzelnen Gruppen immer komplett lasse. Das heißt, ich habe immer vier Handschläge auf einer Trommel oder auf einem Becken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wenn du dich mit dieser Art der Orchestrierung ein bisschen vertraut gemacht hast und du verstellst, damit kommst du gut klar, kannst du das natürlich weiter öffnen. Und zum Beispiel innerhalb schon von einem Vierer-Paket sagen, du spielst mal zwei Schläge zum Beispiel nur auf der Snare und zwei Schläge auf dem nächsten Tom. Bis hin zu jeder Handschlag kriegt im Grunde genommen einen anderen Sound. Ich gebe jetzt mal noch so zwei, drei Beispiele, spiel mal ein bisschen freier, lasse das Tempo aber erstmal noch bei 60 BPM. Wie du gerade sehen konntest, ist es so, wenn ich mit der Orchestrierung ein bisschen offener umgehe, also nicht mehr diese Vierer-Pakete ganz lasse, dann erkennt man gar nicht mehr so stark, dass es so eine Art Klischee 6-6-4-Kombination ist. Also klar, man kann das schon noch hören, aber je nachdem, wie du mit der Orchestrierung umgehst, ist es schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich will sagen, es klingt deutlich komplexer und in dem Fall möchte ich nicht sagen, komplex gleich schlecht, sondern im Sinne von spannender. Spannender ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Natürlich lebt diese Kombination auch ein bisschen vom Spieltempo, was nicht bedeutet, dass man das jetzt nicht bei 60 BPM auch mal als Phil spielen könnte, aber für mich ist das eine Phrase, die man auf jeden Fall auch in mittleren und hohen Geschwindigkeiten sehr, sehr gut spielen kann und dementsprechend mache ich das Ganze nochmal vor bei 90 und bei 120 BPM. Vielleicht drücke ich gleich auch nochmal ein bisschen mehr auf die Tube. Genau, also 90 und 120 BPM und ich bleibe jetzt auch bei der Orchestrierung offen. Das heißt, ich gehe mal schon nach zwei Handschlägen irgendwie auf einen anderen Sound, auf eine andere Trommel, auf ein anderes Becken und dann mache ich es irgendwann ganz frei. Das heißt, ich gehe mal schon nach zwei Handschlägen. Das heißt, ich gehe mal schon nach zwei Handschlägen. Das heißt, ich gehe mal schon nach zwei Handschlägen. dabei. Etwas, womit ich gerade auf jeden Fall auch ein bisschen rumgespielt habe, war einmal diese Bucket-of-Fish-Orchestrierung, heißt also erster Schlag Snare, zweiter Schlag Hänge-Tom, dritter Schlag Stand-Tom, vierter Schlag auch Stand-Tom oder wenn du hier noch eins hast, kannst du das auch nehmen und dann eben die zwei Bass-Drums. Damit habe ich auf jeden Fall ein bisschen rumgespielt und dann hatte ich noch so eine Phrase, wo ich quasi den ersten Schlag auf der Snare gespielt habe, dann hatte ich zwei Schläge auf der Hi-Hat und dann den vierten Schlag der Phrase mit der linken Hand wieder auf der Snare, dann wieder gefolgt von zwei Bass-Drums. Was du mit dieser Kombination auch sehr gut machen kannst, ist sie zweitaktig zu spielen, dann würde ich aber nicht 6-6-4 spielen, sondern ich würde erst alle Sechser-Gruppen sozusagen aufbrauchen und hinten raus dann auch nicht zwei Vierer-Gruppen spielen, sondern ich würde einfach eine Sechser-Gruppe mehr machen und dann ergeben sich daraus hinten sozusagen zwei Restschläge. Ja doch, 5x6 ist 30, bleiben noch zwei übrig, um zwei Takte voll zu machen. Das mache ich dir auch mal einmal in langsamen Drittel und einmal auch in schnell Form. Mal circa 5x7. 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3, 4. Wenn du diese zweitaktige Phrase jetzt noch ein bisschen anreicherst mit Orchesterierung, hast du im Grunde genommen schon etwas, was du, weiß ich nicht, bei einer Bandvorstellung zum Beispiel als zweitaktiges Drum-Solo-Slash-Drum-Feature auf jeden Fall präsentieren könntest. Ich gebe dir jetzt zwei, drei Beispiele und ich mache das bewusst mal so beim mittleren Tempo, dass das auch noch einigermaßen nachvollziehbar bleibt von der Orchestrierung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So viel für heute mal zur 6, 6, 4 Kombination. Ich möchte natürlich sagen, das ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Man könnte jetzt neben dem Fakt, dass man es noch anders orchestrieren kann, das Tempo raufschrauben über Dynamik habe ich absichtlich in diesem Video noch gar nicht gesprochen. Aber das wäre auf jeden Fall ein dezenter Hinweis. Man könnte mal schauen, was man mit den vier Handschlägen so in Sachen Akzente setzen noch so machen kann. Und dann ist es natürlich so, dass man das Ganze auch noch in anderen Subdivisions spielen und anwenden kann. 16. Trillionen zum Beispiel würden sich bei der 6er Gruppe total aufdrängen. Auch 32. Noten sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit beim Gucken des Videos und konntest für dich wieder ein bisschen Inspiration tanken. Wenn das der Fall gewesen ist, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr Videos von mir gucken möchtest, abonniere sehr gerne meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren des Filz und würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder hier auf YouTube. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin raus. Ciao. Bis dahin, eine gute Zeit.